Newcastle gegen Liverpool am dritten Spieltag der Premier League und hier kommen die besten Wetttipps und Quotenboost dazu. Das ist ein interessantes Duell, es geht ja immerhin um die Top 5 Vereine der vergangenen Saison. Newcastle erstmals seit ewigen Zeiten mal wieder vor Liverpool gelandet, hat sich sogar für die Champions League qualifiziert. Liverpool als fünfter, ein Platz hinter Newcastle in der abgelaufenen Saison, nur für die Europa League. Und da kann man sehen, was dieses Scheichgeld bei Newcastle bewirkt, denn in der Saison 2016-17 spielte Newcastle noch in der zweiten Liga der Championship. Der letzte internationale Auftritt der Gastgeber ist sogar schon fast zehn Jahre her, über zehn Jahre, das war 2012-2013 in der Europa League. In der vergangenen Saison war Newcastle heimstark, nur zwei Heimspiele wurden verloren, das ist auch vielleicht ein Grund, warum Newcastle in diesem Spiel Favorit ist. Immerhin konnte Liverpool auswärts nur sechs Spiele in der vergangenen Saison gewinnen. Nichtsdestotrotz, wenn man die Qualität der Mannschaften vergleicht, muss doch Liverpool ziemlich deutlich die Nase vorn haben. Da ist einfach viel mehr Qualität und Eingespieltheit auf dem Platz von der Mannschaft von Jürgen Klopp im Vergleich zu der von Eddie Howe. Und das zeigte sich in den ersten beiden Saisonspielen auch nach der 1-zu-1-Auftaktbegegnung gegen Chelsea gab es ein 3-zu-1-Heimsieg gegen Burnmouth. Newcastle konnte das erste Spiel des Saga und Schreib 5-1 gegen Aston Villa gewinnen, musste sich aber dann Man City 1-0 geschlagen geben. Besonders interessant ist hier der direkte Vergleich, denn Liverpool ist seit 13 Spielen gegen Newcastle umgeschlagen und hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen. Vor allem auch in der vergangenen Saison mit 2-0 in Newcastle und 2-1 zu Hause. Und das, wie wir alle wissen, obwohl Newcastle ja nur zwei Heimspiele verloren hat, eins davon eben gegen Liverpool. Und hier kommen also die Quoten ins Spiel, denn alles, was wir jetzt bisher gehört haben, spricht ja eigentlich dafür, dass Liverpool eigentlich die stärkere Mannschaft sein müsste und es im besten Fall vielleicht ein Unentschieden gibt, wenn Newcastle die Heimstärke ausspielen kann. Auf der anderen Seite sind die Quoten aber so, dass Liverpool hier als Außenseite ist und das nennen wir Value. Deswegen eine Wette auf Liverpool, definitiv eine Option. Weil die Drei-Wege-Quote schon so hoch ist, kriegt man für eine Double-Chance, also x2, auch noch eine sehr hohe 1,67 auf Liverpool, wenn das Spiel unentschieden ausgeht oder Liverpool gewinnt. Oder unentschieden keine Möglichkeit, draw no bet, beim unentschieden Geld zurück, gibt eine 2,20. Ich bin der Meinung, Liverpool muss hier ein Ausrufezeichen setzen und Newcastle schon früh in der Saison in die Schranken weisen. Ein Sieg von Liverpool bei einem Treffer von Mo Salah gibt bei B-Win eine Quote von 5,5 und das ist mal ein sehr, sehr interessanter Quoten-Boost, den ich so mitnehmen werde und wenn du das auch willst und noch kein Konto bei B-Win hast, dann kann sich das für dich doppelt lohnen. Sichere dir bis zu 100 Euro B-Win-Bonus und eine 10 Euro Freebet über den Link in der Videobeschreibung.